Mein Name ist Michael Eicher. Ich bin Geschäftsführer der Krämer Programmentwicklung. Die Firma wurde 1995 von Dr. Krämer als Ein-Mann-Unternehmen gegründet. Mittlerweile sind vier Programmierer am Werk. Schon immer ist es unser Ziel, unseren Kunden flexible Werkzeuge für ihre Arbeit in der Vermessung und im Tiefbau an die Hand zu geben. Unser Hauptprodukt Kaplan ist bei vielen Firmen und dank der indischen Sprachversion auch auf vielen Großbaustellen weltweit im Einsatz. Nach dem Motto von Vermessern für Vermessern betreiben wir unsere Entwicklung sehr kundennah. Daher finden die Ideen und Anregungen unserer Kunden stets Eingang in unsere Entwicklung. Unser Produkt Kaplan ist ein vermessungstechnisches CAD-Programm. Für die Abrechnung und den Tiefbau stehen ein digitales Geländemodell, Achsen und Kehrprofile zur Verfügung. Im Bereich der vermessungstechnischen Berechnungen haben sie Werkzeuge von der Messdatenverarbeitung hin zur Koordinatenberechnung bis zur Netzausgleichung. Eine komfortable Planaufbereitung mit automatischen Planraumen und Legenden sowie eine DXF-Schnittstelle runden Kaplan op. So ist Kaplan ein unverzichtbares Werkzeug für jeden Tiefbauer und Vermesser.